Musik Hi, mein Name ist Shanti und meine Leidenschaft gilt Fasern und Garnen. Ich unterrichte Handspinnen und in diesem Kurs möchte ich dir beibringen, wie du deine eigenen Garne spinnen kannst. Wir werden uns in Ruhe alle Materialien anschauen, die dafür nötig sind. Welche Fasern du verspinnen kannst, wie du verspinnen und verzwirnen kannst, sowohl mit der Handspindel als auch mit dem Spinnrad. Welche Schritte nötig sind, vor allem nachdem du dein Garn schon verzwirnt hast, bevor du dann stricken, häkeln oder weben kannst mit deinem eigenen Garn. Alle Fragen und kleinen Probleme, die auf dem Weg auftauchen können, werde ich dir beantworten. Und ich würde mich sehr freuen, dir in diesem Kurs das Spinnen beibringen zu können und wenn wir uns dann bald wiedersehen. Musik Musik